Ihre Firmenkunden sind zahlreichen unternehmensbedrohenden Risiken ausgesetzt, an die Sie bei der Beratung Ihrer Kunden denken müssen. Ein unglücklicher Schadenfall kann genügen, um erfolgreiche Unternehmen in eine existenzielle Krise zu stürzen. Oft ist es schwierig, angemessene Rücklagen zu bilden, um die finanziellen Folgen unkalkulierbarer Gefahren abzusichern. Die R&V Unternehmenspolis bietet Ihren Kunden optimale und vor allem lückenlose Absicherung. Der große Vorteil, Sie haben nur einen Antrag, eine Polis und auch nur einen Beitrag. Die Bausteine der Unternehmenspolis geben Deckungslücken keine Chance. Mit bis zu 16 Verträgen aus den verschiedensten Sparten, die in einer Polis individuell zusammenstellbar sind, kann kein Wettbewerber in der Breite mithalten. Mit der R&V Unternehmenspolis lassen sich nicht nur Kleinbetriebe, sondern auch großgewerbliche Risiken mit bis zu 100 Millionen Euro Umsatz in der Betriebshaftpflicht und 5 Millionen Euro Inhaltssumme versichern. Ihre Kunden erhalten zudem bereits ab dem zweiten Vertrag einen Bündelnachlass, der in Stufen bis zu 25 Prozent erreichen kann. Aus diesen Sparten besteht die Unternehmenspolis Allgemeine Haftpflicht Sachversicherung bestehend aus Gebäude, Inhalts- und Ertragsausfallversicherung Technische Versicherungen Transportversicherung Vermögensschadenhaftpflicht D&O-Versicherung Versicherung gegen Internet- und Wirtschaftskriminalität Warenkreditversicherung Rechtsschutzversicherung Cyber-Risk-Versicherung Wichtige Highlights, beispielsweise im Baustein Betriebshaftpflichtversicherung, sind Die Mitversicherung von Nachbesserungsbegleitschäden Die Deckungserweiterung für Schäden an zur Montage überlassenen Sachen und der Einschluss der erweiterten Produkthaftpflicht Auch Betriebsgebäude, deren Einrichtungen, Werkzeuge und Lagerhallen stellen besondere Vermögenswerte dar, die in der Unternehmenspolis bestens abgesichert sind. In der Sachversicherung gilt als besonderer Leistungsbestandteil die Neuwertentschädigung nach goldener Regel, bei der trotz Zeitwertvorbehalt der Neuwert entschädigt wird Außerdem verzichten wir auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit Bei neu hinzukommenden Grundstücken innerhalb Deutschlands besteht automatisch Versicherungsschutz Abweichend vom Markt kann dieser die Gefahren Einbruchdiebstahl, Überschwemmung, Erdbeben sowie unbenannte Gefahren bis zu 20.000 Euro umfassen